Ich hatte jetzt mal gedacht, du wolltest mir mal beibringen, wie man so ein Werner malt. Das kann ja nicht, ist das echt so einfach? Schritt 1, die Nase, die macht man so und man lässt sie auch so ein bisschen hängen. Hier muss sie breiter sein wie da. Jetzt die Augen. Es besteht alles aus Runden, aus Kreisen und Ovalen. Die Augen so ein bisschen schön. Dann kommen die Pupillen rein, die macht man am besten so, dass er auch den Betrachter anguckt. Lass uns mal ein bisschen loslegen. Dann kommen die Hase. 1, 2, 3, 4. Ist schlecht. Jetzt kommen die Ohren. Guck mal, die sind genauso auf. Ja. Wie so ein Kreis. Und dann kommt da innen nur dieses... Ja, es ist echt einfach. Gut. So, und jetzt kommt die Schnauze da vorne dran. Jetzt kommt schon wieder so ein Halbkreis. Das ist der Mund. Der geht bis zum Ohr, dass er schön grinst. Dann kommen wieder zwei Halbkreise, das sind die Zähne. Und dann kann man hier so den Hals andeuten. So ein Rachen. Und dann macht man hier die Zunge rein. So, und dann ist unser Werner fertig. Und dann kann man hier so drei Adrenalietröpfchen drauf machen und kann ihm eine Sprechblase geben. Sensationell. Und dann kann man Mollen reinschreiben. Es ist einfach großartig. Dann kann man sein Signet darunter machen. So, und dann, wenn man das ein bisschen wund haben will, kann man die Zunge noch groß machen. Zack und fertig. Und die Zunge ist unser Werner fertig. twitch.